Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode der Hella Testlabors zum Thema Arbeitsscheinwerfer. In den anderen Folgen beschäftigen wir uns intensiv mit der Robustheit unserer Produkte und der Vorteile im Bereich der Interferenz. Heute wollen wir uns einmal mit der reellen Leistung von Arbeitsscheinwerfern befassen und dem, was Sie wirklich davon haben. Denn wir sind Ihr Licht in der Dunkelheit und darauf können Sie sich zu 100% verlassen. Willkommen zu Fight of the Lumen. Ehrlich scheint am längsten. Wenn Sie über den Kauf eines Arbeitsscheinwerfers nachdenken, müssen Sie sich auf die Leistungsangaben des Herstellers verlassen. Dort wird auf der Verpackung viel versprochen. Aber hält das Produkt wirklich, was es verspricht? Da bleibt zunächst nur die Hoffnung, dass alles korrekt ist. Zugegeben, Hella-Arbeitsscheinwerfer sind meistens etwas teurer als andere. Dafür ist aber wirklich drin, was draufsteht. Um das zu verstehen, kommen wir jetzt zu einem kurzen, aber wichtigen Theorieteil. Aber keine Sorge, es wird garantiert noch praktisch und spektakulär. Die Leistung eines Scheinwerfers wird oft auf der Verpackung in Lumen und Lux angegeben. Der Wert Lumen bezeichnet den sogenannten Lichtstrom, also das Licht, das von der Lichtquelle aus in alle Richtungen emittiert. Der Wert Lux hingegen bezeichnet die Beleuchtungsstärke, also quasi die Helligkeit einer Lichtquelle in einem definierten Bereich. Diese Werte kann man sowohl theoretisch als auch praktisch ermitteln, wobei die theoretisch ermittelten Ergebnisse meistens so viel Wert sind, wie ein Traktor ohne Reifen. Achten Sie also beim Kauf auf die Angaben Calculated Lumen, schlecht und measured Lumen, gut. Bei Hella können Sie sich zu 100% darauf verlassen, dass wir ausschließlich praktisch gemessene, echte Werte auf unsere Verpackungen schreiben. So kaufen Sie immer das, was Sie auch wirklich sehen. Ein Beispiel. Unser ostasiatischer kleiner Freund hier, gibt vor, 1500 Lumen stark zu sein und kostet dabei auch noch weniger als unser Qualitätsarbeitsscheinwerfer Powerbeam 1500. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Zu diesem Zweck haben wir auch, weil Strafe manchmal sein muss, diesen Arbeitsscheinwerfer-Lügendetektor mit eingebauter Vollstreckungsfunktion entwickelt. Wir messen jetzt gleichzeitig die angegebenen Werte und wer die Unwahrheit spricht, wird bestraft. Ja, das war drastisch, aber qualitativ. Qualität setzt sich eben durch. Kaufen Sie deshalb nur Arbeitsscheinwerfer von Hella. Denn ehrlich scheint am längsten.